Hallo, guten Tag und herzlich willkommen bei baufix24. Hier sind Sie richtig. Vielleicht fragen Sie sich, was macht baufix24 anders als andere Baufinanzierer? Nun, das ist ganz einfach. Wir machen einfach mehr. Das heißt, vielleicht brauchen Sie Hilfe beim Immobilienkauf. Vielleicht kaufen Sie das erste Mal eine Wohnung, ein Haus, ein Mehrfamilienhaus und brauchen dort Unterstützung von A bis Z. Das heißt, vielleicht benötigen Sie Unterstützung im Umgang mit Immobilienmaklern oder Sie brauchen Hilfe im Umgang mit dem Verkäufer oder Sie wissen noch nicht, zu welchem Notar Sie gehen sollen. Dann sind Sie genau hier richtig. Mein Name ist Ralf Schütt. Ich bin Gründer und Alleineigentümer der Firma baufix24 und helfe Ihnen an all diesen Belangen. Gut, bevor ich aber jetzt hier großartig etwas über mich weiterhin erzähle, eine Empfehlung vorweg. Sollten Sie schon eine passende Immobilie haben, holen Sie sich auf jeden Fall ein Angebot Ihrer Hausbank ein. Denn nur dann können Sie beurteilen, was meine Dienstleistung für Sie wert ist. Schauen Sie einfach mal rein, was zufriedene Mandanten in den letzten Jahren so gesagt haben über baufix24 und meine Dienstleistung. Dazu schauen Sie einfach mal hier links oben. Noch mal für die professionelle Beratung. Ich hatte ja doch abends immer noch mal ein paar Kopfschmerzen gehabt und noch mal immer wieder hin und her gerechnet. Mir auch im Internet andere Angebote angeschaut. Jedoch habe ich gestellt, dass doch Ihre Angebote sehr lukrativ waren. Ja, vielen Dank noch mal auf Frau Köpke. Hat uns sehr gefallen hier. Dann betrachten Sie doch mal das Video hier rechts oben. Guten Tag, mein Name ist Susanne Schrahr. Hier sitzt ein sehr zufriedener Kunde der Firma baufix24, geleitet von Ralf Schütt. Wir haben gerade ein paar Kreditsachen unter Dach und Fach gebracht. Das hat er exzellent hingekriegt. Es wurde schnell bearbeitet und vor allen Dingen hat er mir in einer sehr kurzfristigen Notlage helfen können. Und nun schauen Sie weiter hier links unten. Also ich möchte mich aber bedanken für die wirklich große Hilfe. Es war sehr schön, mit welcher Geschwindigkeit Unterlagen weitergeleitet wurden, mit welcher Geschwindigkeit Daten geklärt wurden, mit welcher Geschwindigkeit geholfen wurde. Ja, rechts unten. Ich habe heute mal rausgezogen, was freundlicherweise von einem schön hervorragenden Betreut von der Finanzierung. Selbst als es immense Probleme gab mit der Bürgschaft seitens des Notars, was die Grundschuldeintragung angeht, hat Herr Schütze sich hervorragend umgekümmert. In meiner Abwesenheit hat sich mit allen Beteiligten in Verbindung gesetzt und dieses Problem vorbildlich gelöst. Und ich würde jederzeit wieder einen kompetenten Mann wählen, der meine Baufinanzierung so kompetent begleitet und vorbereitet. Möchte mich an dieser Stelle für die tolle Betreuung nochmal recht herzlichen Dank. Zu guter Letzt schauen Sie sich doch dieses Video an. Viel Spaß dabei. Ja, und gerade meine Frau ist halt auch super begeistert von Herrn Schütze, weil er das alles sehr ausführlich und transparent erklärt. Ich hoffe, Sie hatten ein wenig Spaß beim Betrachten dieser Videos. Dies sind wie gesagt Mandanten, denen wir in den letzten Jahren von der Eigentumswohnung über eine Doppelhaushälfte Reihenhäuser, Einfamilienhäuser, Villen und Mehrfamilienhäuser finanziert haben. Interesse? Möchten Sie mehr erfahren? Dann greifen Sie doch einfach kurz zu Ihrem Telefon, zu Ihrem Handy und rufen die hier unten eingeblendete Nummer an. Das ist die 040 411 8980. So, Sie möchten noch ein bisschen mehr über mich erfahren? Überhaupt kein Problem. Ganz kurz mein Lebenslauf. Ich begann meine Finanz- und Bankkarriere mit fünf Jahren, als mein erstes Sparbuch eröffnet habe. Danach, mit 13 Jahren, hatte ich den enormen Drang, an der Börse zu investieren. Dies verhinderte leider mein Vater, da er sagte, dass mein Opa dort mal viel Geld verloren hat. Gut, mit 17 Jahren konnte er dies nicht mehr verhindern. Wir haben damals mit einem kleinen Team und der tollen Unterstützung eines väterlichen Freundes haben wir hier in Hamburg das Börsenplanspiel der Sparkassen gewonnen und bundesweit den fünften Platz gemacht. Das war mit 17 Jahren. Danach ging es nach abgeschlossenem Abitur, ging schnell zur Bundeswehr und wie Sie es wahrscheinlich erwartet haben, ging es dann nach der Bundeswehr zur Bank. Habe dort eine Bankkaufmannslehre gemacht bei der Deutschen Bank und dort nach zweieinhalb Jahren mir parallel meine Selbstständigkeit aufgebaut. Im Jahr 1991 ging es dann komplett in die Selbstständigkeit und seitdem mache ich aktiv Baufinanzierung und das mit allen namenhaften Banken bundesweit bzw. europaweit. Das fängt mit A wie AXA Bank an, geht über C wie Commerzbank, Deutsche Bank, DSL Bank bis hin zu Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken. Jetzt haben Sie aber wirklich Interesse und wollen handeln, gar kein Problem. Hier unten ist nochmal auch meine Homepage eingeblendet, das ist www.schütt-finanziert.de. Ups, jetzt habe ich doch fast etwas vergessen. Schauen Sie mal. Diesen Gutschein erhalten Sie auf www.schütt-finanziert.de. Also, Sie wissen schon, gehen Sie auf die Homepage, holen Sie sich den Gutschein oder machen Sie es viel einfacher und rufen Sie direkt an, lernen Sie mich kennen, lassen Sie uns kurz telefonieren und mit Sicherheit kann ich auch Ihnen helfen. Genau, greifen Sie also jetzt zum Hörer 040 411 89 80. Freuen Sie sich auf ein interessantes Gespräch mit Ihrem Gute-Laune-Berater Ralf Schütt. Bis gleich. Tschüss.